Hallo, ich möchte gerne berichten über die Divine Healing Sitzung, die ich bei Susanne Mück hatte, die ich als sehr hilfreich und wohltuend empfunden habe. Während der Behandlung war es so, dass ich einmal recht viel Energie merkte. Es ist mir auch ordentlich warm geworden und es gab auch zu den einzelnen Themen, die Susanne benannt hat, Bilder, die geschrieben haben, was da gerade auf anderen Ebenen tatsächlich passiert, was vielleicht auch gehen kann oder was auch wieder ganz und heil wird. Ich habe dann in der Zeit danach deutliche körperliche Reaktionen gehabt, die nicht immer nur schön waren, sondern ich habe erst mal gemerkt, dass doch auch einiges an körperlichem Schmerz oder Unwohlsein hochgekommen ist, was sich dann aber auch wieder verloren hat. Ich merkte, dass ich tatsächlich gut in diesem Prozess drin bin. Ich habe zum Beispiel an Themen, an denen ich schon seit ganz, ganz, ganz langen Zeiten sitze und die echt schwer für mich sind, habe ich in dieser Zeit dann gemerkt, voller Freude übrigens, ach, es geht ja auf einmal anders oder jetzt auf einmal gelingt es, obwohl ich mich da ziemlich vorher mit abgequält habe. Also einmal das. Dann gab es ja noch eine zweite Sitzung, die nochmal nachgesetzt hat. Da war dann die Reaktion nochmal etwas anders. Auch habe ich da wieder sehr körperlich reagiert und merke, obwohl sich so eine Erschöpfung zeigt, dass darunter ganz viel Energie ist, die sich auch, ja, ich bin mir ziemlich sicher, einfach auch in den nächsten Tagen und Wochen dann nochmal freisetzen wird. Und ich bin ganz gespannt, wofür ich die dann einsetzen werde. Also, es lohnt sich. Ich habe das Gefühl, es ist sowas wie so ein super Booster für die Prozesse, an denen man eh dran ist. Und ich kann es noch weiterempfehlen. Nochmal vielen Dank dafür. Tschüss!